Ja, die schalte ich gleich mal aus. Das ist ein Spionageflugzeug? Wieso haben wir ein Spionageflugzeug? Ich hab keins. Was soll dieser unerhöhter Rassismus gegen mich? Die schlimmste Form von Diskriminierung überhaupt. Die geht immer noch voll gegen mich. So, tschüss. Tschüss. Ach, weg mich. Einfach drüber fahren, passt schon. So, noch zwei Knopfwerke und alles. Das noch und dann noch ein bisschen Infanterie und gewonnen. Na geht doch, war doch ganz einfach. Kinderspiel. Wo war denn da die Herausforderung, bitteschön? Würden die Zeiten, die da stehen, wirklich stimmen, würde ich ziemlich lange in diesem Spiel stil... ...stil stil... ...spiel spielen. Mal eine Stunde fünf Minuten habe ich dafür jetzt garantiert nicht gebraucht. Obwohl... So, äh... Brothers in Arms, Dois Ex Machina. Die Alliierten haben Wolkow erbeutet. Sie wollen natürlich seine Konstruktion studieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Zerstören Sie die vier Alliierten, Radarstation in der Gegend, damit wir das Peilgerät einsetzen und Wolkow wiederfinden können. Sobald das passiert ist, schicken Sie jemanden zu ihm, der den Prototypen reaktiviert und zum Transportschub rüberbringt, der in unsere Basis ausfliegt. Danach können sie, wenn sie wollen, auch die Alliierten Truppen vor Ort ausschalten. Wollen, hm? Das heißt wohl, ich muss, ne? Hm. Beeinstell ich, wenn die Alliierten erst in der Wolkow Steuerkurs den Schlüssel haben, müssen wir ihn ebenfalls zerstören. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja. Einsatz bespannter. Aber ich muss hier mal kurz abbrechen. Ich muss mal dringend wohin. Und ihr versteht, was ich meine. Ja, an den Kühlschrank. Was ist denn das für dumme Scheiß? Ist die Mission groß? Na ja, geht so. Was kriege ich denn noch für Verstärkungen? Juhu, Tesla-Panzer. Ja, aber das machen wir dann gleich. Ich muss mal wohin. Abbruch. So, es geht weiter. Und mein Zaun ist... Richtig. Nach einer kurzen Unterbrechung. Äh, hallo. Hört ihr auf. Ist doch nicht fair. Geht weg. Ihr Cheater. So. Es läuft wieder sehr flüssig. Das ist immer gut. Hm. Aber wirklich, mit einer Flüssigkeit. Was meines Spiel ist Wasser. It's water, my friend. Äh. Oder so ähnlich. Ja, und da ist schon Erz. Die machen es mir aber einfach. Hohohohoho. Zwei Milliarden Panzer. Aus Plastik. Komm, direkt dahin. Wenn sie mir schon Leuchtfeuer aufgesetzt haben, wahrscheinlich kommt dann gleich so ein Alliierer-Transporter. Und ich habe ja richtig viel Geld, stelle ich gerade fest. Äh, Alliierer-Transporter. Und ich stelle die mal ein bisschen anders auf. So richtig taktisch gehe ich da jetzt mal vor. Das ist doch nicht viel mehr als ja irgend so... Transportfahrzeug, wo sie eine Kugel oben draufgestellt haben. Oh, ich sehe in meiner magischen Glaskugel die Zukunft. Der Alliierten. Sie wirkt dunkel. Sehr dunkel. Wenn sie mehr wissen wollen, kostet das 500.000 Dollar. Äh, credits. Dollar. Klar. Ich nehme keine Dollars. Ich lasse mir nur in wertvollen Währungen bezahlen. Zum Beispiel Gold. Oder Diamanten. Irgendwas, was nicht total wertlos ist. Und ich trinke mal einen Schluck. Habe ich in meiner Pause nicht machen können. Die total kurz war. Wenn ich so auf die Uhr schaue, ja. Wenn ich jetzt eine Uhr da hätte, ne? Ich habe da oben eine Uhr. Naja, so groß ist die Map ja nicht. Map wird vergrößert. Nein, das kommt erst in späteren Teilen. Gab es schon Tiberium Sun? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe schon vorhin zwei gehabt, dass es Maps plötzlich größer wurden. Größer wurden. Großer. Größer. Ja, passt schon. Hör aufzureden. Kommt hier nix mehr raus. Werd fertig. Komm schon. Und da war an hier eine hin. Und gleich schießen hier Kreuze auf mich. Wagt es ja nicht, dass da Kreuze stehen. Die könnten auch von da kommen. Ich hasse Bars nur mehr als einen Ausgang, bis ich verteidigen muss. Besetzen wollte ich jetzt schon schreiben. Ja, aber das ist schon scheiße, wenn man mehr Verteidigungstürme bauen muss. Verteidigungstürme. Hm, genau. Ich baue auch Flammentürme. Hm, das ist dasselbe. Hm, genau. Ich baue Obelisken. Ah, die haben, naja, nicht wirklich mehr Schaden. Haben die doch, doch, die haben mehr Schaden gemacht. Dafür haben sie nur einmal geschlossen. Wobei das so ein Dreimalschießen ja auch so eine Sache für sich selbst ist. Oh, der ist bald mal fertig. Die Raffineration. Machen wir uns wertvollen Ärzten. Wertloses Wasser. Ja, fahr durch die Raffinerie durch. Schade, macht er nicht. Einfach. Hä? Wo hat er denn so schnell abgeladen? Gar nicht gesehen. So unglaublich schnell. Er ist immer der Erste. Erster. Hey. Das ruf ich immer beim Sex. Hm, das könnte man wirklich mal machen. Der Blick der Frau wäre sicherlich interessant. Ich wäre mal vor, die kommt vor euch. Haha, sie macht das zuerst. Dann guckt ihr ganz schön dumm. Tja. Ja, da sind jetzt vier Tesla-Panzer und ein V2, der mich getötet hat. Oh, und da stehen doch zwei so komische andere Dinge. Na, schieße ich mal drauf. Oh, da kommen Raketen jetzt. Das ist jetzt leicht ungünstig. Das ist... Aber zum Glück bin ich MacGyver und habe meine Allzwecksschere dabei. Die sind jetzt einfach die Raketen. Und zerschneide die Panzer. Wenn ich da noch ein Gubi-Band und Tic-Tac finde, dann kann sie richtig losgehen. Oh, jetzt kommt dasselbe nochmal, nur in grün. Äh, nie, kein Radar. Ah, doch ein Radar. Mensch, wieso brauchst du dir kein Radar, wenn ich sag das was ein Radar brauche? Das Durchhaltevermögen von den Dingern ist der Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Aber wenn sie nur von da angreifen, ist gut. Da baue ich dann zwei, drei Tesla-Spülchen hin. Ich habe eine Spule Garn. Äh, Tesla. Tesla Garn. Äh, als Maul. Maul, Maul. So, dann richten wir mal hier. Also hier, ne? Also hier. Habe ich da eben Artillerie geschießen hören? Ha, ich bitt mich schon das Ding ein, die es gar nicht gibt. Artillerie. Komm schon. Ja, so groß ist die Karriere gar nicht. Artillerie. 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 Ich verschenkt mir keiner sowas. Was habe ich für scheiß Abonnenten, echt? Geht ja mal gar nicht. Ja, genau. Das ist ja bestimmt lustig. Oh, maximale Kartengröße passt auf einen Monitor. Also, um der 720p brauchen wir dann aber wirklich nicht mehr schauen. Mir fällt gerade auf, ich baue gar kein Gebäude. Aber dann hätte ich doch Zugriff zu modernen Technologien. Mammut-Panzer. Einfach schön, einfach schön. Na komm, wird mein Sammler heute noch fertig? Wahrscheinlich werden später nachher dann irgendwo irgendwelche sagen, Öh, in der anderen Mission hast du voll viel Geld verschwindet, weil du keine Silos gebaut hast. Jetzt fast verloren, deswegen. Oh, oh, ich... Ne, ich speichere mal und baue noch nichts. Ich baue noch nichts. Aber mein Spionageflugzeug ist bald bereit. Oh Gott. Was ist denn der Vorhang? Jetzt will ich mal gucken, ob ich... Moment, ich kann... Kann doch jetzt bestimmt mal... Net-Panzer? Oh Gott. Bau mal einen. Kann ich auch Dings bauen? Also diese hier? Nein. Tschüss. Und du sagst auch mal Tschüss. Ah, okay. Ich würde mal sagen, hier ist gut. Ha. Aber... Boah, perfekt. Perfekt. Apropos perfekt. Wo ist meine Werft? U-Boot-Werft. Ähm. Ähm. Muss ich da was einnehmen? Die wollen natürlich eine Konstruktion... Das schön ist, wie alle hier eine Dache nehmen. Und dann diese Feigert einsetzen. Und dann Wolk auf hier. Hm. Hm. Ne, ich muss bloß zerstören. Okay, machen wir alles platt. Aber ich denke mal, da oben ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Das wirkt so unverdächtig. So harmlos, versteht ihr? So gänzlich unbewacht. Zerstört es? Das zerstört, glaube ich, auch meinen eigenen Panzer, oder? Also dieser Mad-Panzer. Das war so klar. Oh, da ist kein Erz mehr. Ähm. Wahrscheinlich werde ich den nie einsetzen, irgendwie, dem Panzer. Aber egal. Jetzt kommen wir noch Mammuts. Gott, ist das Ding langsam. Dagegen ist der Mammut ja fast so schnell. Okay, jetzt sind beide scheiße langsam. Was machst du da? Ähm. Wie fährst du denn? Ist das jetzt so eine gute Idee, das Ding anzugreifen? Ähm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Doch, ja. Hat was? Also damit er jetzt nicht gerechnet hätte, fahr doch mal da rauf. Du stimmst ihm. Nee, du fährst mal hier rein. Du fährst da hin. Mhm. Was? Jetzt kommt er von der anderen Seite. Dieser Mistkerl, der hat mich verarscht. Nein. Super, da verliere ich mir mal alles. Nein. Super, jetzt weiß ich nie, woher der kommt. Dieser raffinierten Arschgesichter. Da ist ein Tesla-Spulen erstmal errichtet. Wo ist denn der? Ach, jetzt kommt er wieder von der Seite. Es ist doch zum Kotzen. Ja, fahr da weg, fahr da weg, fahr da weg. Sehr schön. Hallo, greift ihn an, greift ihn an. Ja, gut, die Tesla-Panzer sind eh scheiße. Und daher. Greift schon an. Ich hätte keinen MET-Panzer bauen sollen. Ich hätte Mammuts bauen sollen. Wo muss ich denn hier die Verteidigung hinstellen? Da hin, einfach mal. Äh, ja. Tesla. Ja, genau. Es klappt doch selbst nicht. Schiff. Oh Gott. Ich kann wieder keine Atombochen bauen. Stürzt du mal ab, bitte. Hallo, willst du mal sammeln, bitte? Hallo, baust du mal bitte ein Kraftwerk? Muss ich ja alles alleine denken. Ah, guter Witz, ja, als ob ich denken würde, okay, hey. War der MET-Panzer vielleicht doch gar nicht so verkehrt? So. Oh, gleich noch eins. Und ja. Wie ein Mammut-Panzer mit seinem Spielzeug-Helikopter. Ach, das ist so lächerlich. So, Tesla-Spule. Bei der Überlegung sichern wir mal. Ubo, da will ich ja nicht mehr so viel bauen, weil das ist nur ineffizient hoch 10. Du fährst mal da rauf. Du fährst auch mal da rauf. Oh, ist schon kaputt. Toll. Oh, Fallschirm-Truppen. Ähm. Ach, warum nicht da oben? Huh? Warum? Ich rieche jetzt auf einmal den Fleck hier. Und das ist bestimmt nur eine Attrappe. Aha. Ja, schön. Oh, Gott. Naja, als Spionageflugzeug könnt ihr eh nicht abschießen. Die kommen schon wieder mit diesen Dingern. Das ist doch nicht lustig. Das ist echt unlustig, was ihr da macht, Jungs. Echt unlustig. Zwei Flächen noch weiter. Eins verstärkt sich mal noch ein bisschen. Es läuft gerade ins Bauschein-Motors. Und das erholen ich angeblich 30 Frames habe. Ja. Ja. Ich würde irgendwas ausdenken. Mh. Mh. So, kann ich denn hier noch eine Tesla-Spule hinbauen? Da. So. Toll. Das dezimiert immer wieder wunderbar meine Einheiten. Wo kommen die Dinger her? Ich sollte es bald herausfinden. Sehr bald. Dann soll ich da mal vorbeischauen. So, hier noch ein Kraftwerk. Tesla-Spulen sollen immer zu zweit bauen. Die fühlen sich sonst zu einsam. Ja, es steht ja auch noch da rum. Ich habe kein Geld. Schon wieder. Ich habe kein Geld. Schickt mir Geld. Jetzt. Sofort. So, jetzt darf ich wieder... Tau ab, tau ab! Komm schon, drehen wir ein wenig schneller. Ha! Dumme Alliierte. Wir primitiven Schrottpanzern. Äh, da will ich doch hin. Ei, ei, ei. Was machst denn du? Boah. Du bist doch selten dämlich. Ich habe nie gesagt, du sollst dem hinterher fahren. Selbst wenn ich es gesagt hätte, sowas machst du einfach nicht. Hallo, stehen bleiben. Äh, Panzer. Ja, und sehe ich jetzt natürlich sehr viel. Hat sich total gelohnt. Aber wirklich mal so richtig. Boah, und ich wünschte jetzt echt, ich hätte diese herrlichen... So, vielleicht kommt er aus der richtigen Richtung. Oh, oh. Er kommt aus der richtigen Richtung. Naja, fast, aber... Das bringt halt nix. Tau ab! Tau auf! Mach Liegestützen! Komm schon, auf, auf, auf! Was heißt hier überhaupt unzureichende Finanzmittel? Ich habe Grafikfehler. Und über 3.000 Credits. Genau richtig gespeichert. Genau richtig gespeichert. Das ist hier. Ich gebe mir vor. Jetzt nichts. Eher rutschein. Oh. Vielen Dank.